Luftschleuse aktiviert. Forschungsblockverbindung eingeleitet. Okay, und jetzt haben wir Spaß. Eine Minute und 50 nur. Oh, wie? Oh, nee. Auch vom Fließband, die Herrschaften. Ja, wir waren richtig. Und oben auch. Ich gehe nach oben. Ah, der mit. Wo ist es? Ah, da oben ist ein Schnipper. Ist irgendwo ein Schnipper. Habt die Schneiber. Ah, die öffnen diese Schlösen. Was, was? Leck mich. Ich komme auch hoch. Da oben ist okay. Ja, noch. Ein neues Eben für meine Schöpfung und rösende Schöpfung. Er wird in der Kusse der brüttelnden Städte gedeihen. Oh, Gott. Und alle bespängen, die noch übrig sind. Oh, das ist wieder einer. Oh, shit. Oh, scheiße, die kommen hoch. Oh, fuck. Oh, haben wir was? Ich komme hier nicht mehr weg. Ey. Nein. Oh, Gott. Ey, ich stehe auf und die sind alle sofort wieder ab. Aber alles, was es bisher gab in diesem Spiel auf einmal. Hol mir Jake und Sherry hier raus. Kommen Sie. Verstanden. Goddammit. So, du Penner. Kommt her. Ich brauche nur Mona, ja, ein bisschen. Ach, komm. Oh, scheiße. Die, bitch. Wow, scheiße. Okay, ich gehe runter. Der Luftstruck wird angewandt. Ah, hau. Bitte, Gott, bitte, den Luftstruck normalisieren. Okay, oder so? Er muss weg vom Hebel. Ah, Mann. Mist, es sind so viele. Ja, warum sagst du das? Wir müssen einfach durchhalten. Was ist so nun, wie will ich ihn leicht sind? Zeig's. Fiecher. Er ist hinüber, der Dicke? Ah. Ah, shit. Oh, Mann. Diese Typen da oben. So. Nein. Oh, oh Gott. Scheiße, Hilfe. Ich renne, ich renne, ich renne. Ja. Oh, ne. Oh, God. Fuck. Kommen noch 30 Sekunden, ey. Komm, steh auf. Ja, aber wir sind schon im zweiten Durchlauf irgendwie. Von der anderen Seite. Scheiße, ich muss die Waffe wechseln, weil ich komm nicht dazu. Achtung. Schnepper. Aua. Oh, oh. Oh, um Puls und Puls. Oh Gott. Oh, Gott sei Dank. Oh, Scheiße. Oh, Kamera, du dumme Kuh. Sniper. Komm, schnell! Fuck. Nein, nein, kein Partner. Leck mich. Leck mich. Da kannst du ein bisschen übertreiben. Fuck, fuck. Ihr zwei habt mir noch gefehlt. Ja, habe ich. Teil 5. Jo. Und ich habe ihn getötet. Du warst es. So ist es. Chris? Er sollte nicht so laut kläffen. Ja, was? So, nur Befehle befolgt oder war es persönlich? Beides. In drei Sekunden jage ich Ihnen eine Kugel in den Kopf. Waffe runter! Hier geht es um viel Wichtigeres als dich und mich. Wir müssen weg! Ich weiß! Oh oh. Nicht gut. Und jetzt habe ich einen Hörsturz im linken Ohr. Dankeschön. Okay, wenn du das sagst. Infektion klingt nicht gut. Äh. Nein. Das Ding ist groß und hässlich. Wo soll man da hin? Das Ende der Welt. Das ist die Ende der Welt, dass we know it. Ähm. Super, ich bin hier drüben. Ne. Ja, ich bin hier. Da, da, Jake hilft mir. Sherry, komm. Du brauchst die, die Andacht. Los, renn, renn, renn. Komm, Sherry. Kognak, lauf! Da hinten rennt sie. Da hinten rennt sie. Ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe nur euch, wie ihr da steht gerade. Ah, jetzt ist sie da? Okay. Na super, jetzt müssen wir uns hier mit zwei KIs rumärgern. Ich hoffe... Wow, scheiße. Okay, die ist gar nicht schlecht, die Tante. Ah, scheiße. Ah, ii. Ich habe nicht gesagt, dass ich fast keine Munition mehr habe. Ah, es wird dämmlich auch. Ah, man. Geh weg. Sag mal. Hau ihn. Ich blick hier nicht mehr durch, ey. Tja, Glück für dich, dass du den Käpt'n damals nicht umgebracht hast. Wenn sonst wärst du jetzt tot. Es ist mir wahrlich die reinste Freude, dir den Arsch retten zu müssen. Ach komm, hau ihn. Autsch. Scheiße. Oh shit, wir sind wieder einfach unterwegs. Oh shit, ich bin tot. Äh, Sherry. Please, thank you. Oh komm, steh auf. Oh, was war das denn jetzt gerade? Autsch. Das war... Ich lieg jetzt auch am Boden, aber West gerettet mich. Ja, mich hat Sherry auch gerade gerettet. Ich muss jetzt gerade hier. Oh, come on. Oh, du Penner. Oh, ich bin tot. Ich bin auch am Boden. Ja, du bist aber tot. Ich war nur am Boden. Es wird immer schwieriger. Ja, es ist nicht ohne. Nein. Ich hab fast keine Munition mehr. Lass uns beide mal vielleicht... ...auf ein Ding gehen. Auf ein Ding, ja. Da kann man sich vielleicht ein bisschen besser abstimmen. Kann man sich nicht überspringen. Ja. So. Wohin? Kann man das mal hier drücken? Okay, darüber. Hier. Na, ja. Das ist ein riesiger Pokal-Schnitz. Haben wir Probleme. Mensch. Mon, hier ist Wesker. Warte, 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 warte. Nein, geh weg, geh weg. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wir müssen hier weg und das HQ fahren. Jetzt, okay. Perfekt. Das wäre es jetzt auch gewesen. Wenn wir uns hier einfach die Dings weggenommen hätten. Ja, komm Mädels. Lauft. Sie hätten wirklich nicht so viel aufs Spiel setzen müssen. Wesker hat es nicht alles verdient. Die Kameraperspektive ist auch mehr als ungünstig. Sie haben das Richtige getan. Für das All der Menschheit. Die Plattform ist auch mehr als ungünstig. Ja. Wer hatte das Recht, es zu wissen? So. Wir müssen mal ein bisschen auf sich selber aufpassen. Ja, wir können jetzt auch gut sterben. Wir sind ja jetzt hier nicht bei Wünscht, ja was? Sobald wir hier raus sind, wir wird alles anbauen. Oh, der ist gut. Tschüss. So, der ist weg. Spann dir die Vorträge, okay? Wir müssen halt ausrechnen. Wow. Super. Ach, komm schon. Ich weiß, rauskommen. Dieses Pflegepisch. Au. Ah, was zur Hölle. Oder so. Au. Hit it like big ham. Oh, da ist schon wieder ein Sniper. Ja, Sniper kann ich aussehen. Geh weg. Arschloch. Geh weg. Au. Witz, rett ihn. Ich hab den Sniper mal ausgeschaltet von oben. Oh, komm, lauf. Mann. Mann. Sag mal, wieso? Wieso läufst du nämlich? Hödl. Was macht der denn? Diese Scheiße. Ah, Hilfe. Wo bist du? Ah, direkt unter uns an einem Kostkreuz. Ja. Ich hab nur folgendes Problem. Hä? Weißt du, mein Leben erst noch nicht. Das ist eine Art Sniper. Nein. Scheiße, Scheiße. Ich hab... Ja, komm schon. Oh, Mann. Fuck you. Scheiße. Oh, Gott. Oh, was zur Hölle. We did it. Wie auch immer. Offenlich, ja. Wie wir das getan haben. Aber jetzt geht's anscheinend erst richtig los. Was? Was zur... Ja, natürlich. Kennst du diese Gummihände? Wurden früher so eine Chance in dem Kostkreuz? Ja. Hehehe. 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 Chris! Weck hier, sie beide. Wir übernehmen das. Gehen wir. Hehehe. 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 Denk an deinen Auftrag. Ich will nicht gegen das Vieh kämpfen. Das sieht wirklich aus. Ja. Oh! Äh, was? Was? Spring? Wohin? Ah, da hoch, da hoch. Äh, was? Ähm. Chris! Okay. Ja, schön. Er hat mir irgendwo springen angezeigt, aber... Wahrscheinlich darüber auf die andere Plattform. Ja, denke ich mal. Aber da war ich... Nein. Nein. Jetzt, ich hab... Ja, hier hoch. Ach, hier! Wir sind da hoch! Ah! Nein, 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 nein! Das ist physisch! Jetzt müssen wir rennen. Wieder wegrennen. Ich schon wieder! Achso, nee. Und das habe ich du? Sonst nutzen wir mit ihm ab! Ja, ist super. Wenn die Kamera mal anders wäre, wäre ich da sehr begeistert. Toll. Ich bin auch gerannt. Mann, ey. So, jetzt heißt es wieder Strecke ohne dich lernen. Oh, ich hasse es, auf die Kamera zuzurennen. Das ist so ätzend. Ja, ist eklig. Geh weg! Halt! Überraschung! Untertitelung des ZDF, 2020